Einen wunderschönen Newton, liebe Surferinnen und Surfer. Es geht los und dieses Auto verpreistet mit seinen CO2-Gas ausstößen hier die Umwelt. Das finde ich nicht in Ordnung. Bist du dir jetzt ernsthaft, Surferinnen und Surfer immer? Ja. Ja. Voll. Beziehungsweise... Hallo, meine lieben Surfer! Nein, Lars! Okay, Lars. Ich glaube, es ist Noah, oder? Ja, würde ich auch sagen. Wenigst du dann nach Lars aufgehören? Ah, scheiße, Lars, das ist ja... Nee. Ah, ich hab keinen Rundi mehr. Alter, was denn? Wieso backe ich denn so behindert? Alter, ich geh zurück. Ich glaub nach vorne und werd ich abgeschossen, dann geh ich zurück. Ich hab keinen Rundi mehr. Alter, das wär so eine schöne Runde gewesen. Nein. Ja, ja, du mich auch, Lars. Boah, alle schon am Anfang wissen, dass du Traitor bist. Ja, die Runde wird bestimmt... Ich hatte ja alle weggewreckt. Weggewreckt. Weggewreckt! Weggewreckt? Weggewreckt! 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 Weggegwreckt! Weggewreckt! Was ist noch Leute? Was ist denn dieses? camell periods Это? ano nico! avell樹 poiste 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 poise 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 poisse ich habe drei leute hier ganz kurz pause ich habe eine melone und was die melone kaputt machen ich weiß nicht wie auf wen ich schießen soll ich bin übrigens neben dem arfen weiß ja auch wenn ich schießen soll hat geschossen auf las ich habe gehört wie du ihn gekillt hast und jetzt frisst du dich auch noch voll ich bin halt verfressen ich darf gar nicht dies da ist angeboren ja 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 wie aktiviert man die schweizer schreibt irgendwie aktiviere ich die ganze welche ob wir drücken ich bin da der schießt ja weil das wir solchen schnell aktiviert sollte niemand steuern weil ich bin der einzige trete haben Ich warte nicht darauf, dass mein Radar sich update.... Nein nein. Nur nicht. Reaktionskill Radadadadada Wieso hast du auf Lars geschossen, Noah? Weil ja er meine Bellonen kaputt gemacht... Ach, du das auf mich geschossen?! Ja. Und deswegen hab ich mit geschossen. Ich fand das toll... Weißt du was, Marvin? Ach, das ist der Dank dafür, okay. Das ist der Dank dafür, du Arsch! Ja, ich hab schon verstanden. Ach, Leute, Leute. Hier, nee, nee. Geh ich halt. Geht mir auf den Pin, dass die scheiß Töne mal wieder zugehen von alleine. Ja, das ist eh glücklich. Oh, das ist ne geile Mucke. Ey, Noah. Ja. Guck mal ins Restaurant. Ins Restaurant, was soll ich im Restaurant? Will ich was sagen? Äh... Du machst Melonen kaputt, oder? Nein. Heißen, blöd. Glaubst du jetzt? Nee. Ich will nicht sehen, wie du... Ich will deine Schamte haben, nicht sehen. Oh, ja. Hä, Nico! Ich hab ihm beiden Melonen komfort waren zugeguckt. War geil. Ja. Geh mal ne Pizza? Lars? Ja. Lars, bist du tot oder Sonja? Ich hör grad richtig heftig Mucke, Leute. Macht ihr euch mal glatt da? Macht ihr euch mal glatt da? Es war der Tag. Exzessiver Techno, Alter. Also Drive-In wäre jetzt besetzt. Drive-In? Wo? Wenn jemand mal reindriven will. So eigentlich eher weniger. Drive-In, wo ist er? Ich würde gerne ne Pommes Currywurst zu mitnehmen und Gully-Spülen bestellen. Hinten. In deinem Haus da. Hier. Das kann ich für sie tun. Hallo! Hi. Da! Ja, hallo. Wupsi! Ich hab ins falsche Portemonnaie gegriffen. Ich hab jetzt Marvin getötet, oder? Nein! Ich hab einfach Marvin getötet, oder? Ich hab einfach Marvin gekillt, oder? Alter! Die... 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 Die olle Schlampe an der Bedienung hat mich einfach nicht vernünftig bedient. Ich hab nen Big Mac bestellt und hab nen McFish-Burger bekommen. Ohne Fisch. Ohne Fisch. McFish-Burger ohne Fisch. Okay. Das hat mich dann halb aggressiv gemacht. Halb aggressiv. Was heißt halb aggressiv? Ja. Die Hälfte von ganz, ne? Ist so doll. Ah! Eine Tür klemmt mich an. Wer ist da? Hallo. Hey, Lars schieß einfach. Warum schießt du? Alter, als wenn ich dich nicht gekriegt hab. Nein. Schade. Egal. Jetzt kommen wir ja endlich die Vorstellungsrunde beginnen. Danke. Was für ne Vor... Hä? Vorstellungsrunde? Das war doch erst die Vorbereitungsrunde, die Leute. Nein. Die Vorbereitungsrunde ist schon nicht vorbei. Oder nicht? Der ist drei Runden her. Was? 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 Wir sind in Runde drei. Gerade. So, last row. Wir sind zeitlich nicht so ganz auf der Hölle, oder? Moment, was? Was? Der WG spielt schon vier Runden auf der Map oder so. Ne, drei Runde. Drei Runde. Oh, da ist jemand an Sandwich essen. Was? Ja, ich find das toll. Wie hübsches sind. Was? Hast du nicht aufgenommen, aber wie? Ja, natürlich hab ich aufgenommen. Aber ich hab die ganze Runde vor dem scheiß Radio gestanden. Und hab die übelste Techno-Party gefeiert. Du hast deine Antwort schon längst gemacht vorhin. Das ist echt so. Da hat dich Nico noch gefragt, warum du deine Leute jetzt Surfer nennst. Was hast du denn für ein Brain-Lack? Der Junge war halt einfach komplett gar nicht. Oh, da ist der Melone tot. What? Was? Du killst Melonen? Was war's das? Ja, das ist jetzt schon peinlich irgendwie. Wir können jetzt auch fünf Minuten vercampen. Ich glaub, ich geh wieder zu meinem Radio. Das war so am geilsten, Alter. Lars, ich würde dir übrigens wärmstens empfehlen, wenn du tot bist. Mal hier Leute zu spektaten, anstatt einfach über deine Leiche zu leben, wie in den anderen Aufnahmen. Das hab ich mich auch gebessert. Ja, das mach ich jetzt öfter. Ja, okay. Und mit er kannst du auch eine First Person von denen gehen. Oh, sag das doch. Alter, das hab ich noch nicht gewusst. Alles cool. Ja, sag ich das ja. Das benutze ich jetzt öfter, das tut. Das ist ja richtig cool. Und damit rechtsklick kannst du dann zwischen den Leuten wechseln. Ey, das ist ja voll geil. Da kannst du voll die Multicam raus machen. Oh, nö. Ja, du fliegst gleich. Das ist toll. Oder? Fliegst du? Nein, noch nicht. Oh, jetzt. Oh, super. Subi! Nee! Alles klar. Gut. Mit diesem Brain-Lag, äh... Das ist das... Nee. Also der... Moment Leute an die Zuschauer. Der Techno-Rave war aber schon geil. Muss man jetzt aber zwei Schleich zugeben. Alter, dein Gehirn ist einfach so komplett hängen geblieben. Ja, mit diesem Brain... Nee, warte mal. Haben wir noch eine Runde, ne? Ja, noch zwei Runden, genau, ja. Noch zwei Runden, Alter! Wait, what? Oh Gott! Sekunde, ich bin einmal kurz in den Optionen. Also ich bin nicht ein Traitor-Ding-Spark. Ja, das hat jetzt auch... Doch, doch, das Traitor-Menü. Oh, okay. Leute, der McDrive ist besetzt. Ah, der PC hat wieder runtereskaliert auf, äh... 33% Maximum. Und hier ist Lars vor mir. Also wenn ich gleich tot bin, ist Lars. Ich fühle mich Lars. Ach ne, hier ist Noah. Ich hab so will ich jetzt... Sagen so, hä? Moment, Alter, so fett ist der doch. Ich hab nur gesehen, dass... Ich hab nur gesehen, dass jemand... eine Waffe, die aussieht wie die Krieg. Ich glaub, du hast... Warte, du hast die, äh... G... G... Ja, ja. G3SG1. Ist gut. Ich hab so wenig FPS grad. Ich kann nicht mal das hin. Weil, äh... Irgendwie hat mein PC ein Problem. Hab ich ja vorhin schon mal gesagt. Du spielst auf nem Laptop. Was erwartest du? Jetzt hab ich wieder... Jetzt hab ich wieder vollkommen flüssig. Jetzt ist mein CPU wieder auf 3 Gigahertz hochgegangen. Gerade hingen die bei 0,4 Gigahertz fest. Weiß nicht warum, aber irgendwie ist es bei der Maustaste 5. Lass die Pfoten vom Menü. Äh, Voice, Leute? Ja, irgendwie ist er bei mir jetzt auch von der Maustaste... Hey, Noah, 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 Noah. Noah, 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 Noah... Noah, ins Restaurant. Ja. Ahhhh... Warum tötest du die armen Melonen? I am the one who don't need the gun to get... Du hast aber eine gun. Nico? Äh, 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 Erklärungsnot. Tja, umgelaufen, ne? Lass du dir jetzt mal? Hi. Und ich schieße ihn auf die Füße, lass ich das. Äh, dafür brauchst du die Duel in die... Au. Hab ich doch! Ah ja, jetzt heuer hab ich nicht. Nee, ich schieße ihn auf die Füße. Tanzt, Dutta! Entschuldigung. Tanzt, 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 Tanzt. Bitte da mit dem Beruf von armen Frauen, die wirklich für ihr Geld hart arbeiten. Äh, Dinge da runter. Marvin, Marvin, pst, komm her. Alter, gönnt ihr den Sound. Pass auf, komm her, pass auf. Pass auf. Achtung, hier ist ganz, ganz große Gefahr für Thomas oder eine, äh... Giat, ja. Das geh ich in Kauf, Alter. Das geht so ab, Alter. Ich hör dann nicht. Ah, jetzt! Okay. Die rein wie ein Gangster. Das ging dir aber total leise. Boah, Alter, das ging keiner. Ich geh auch mal weg wegen... Ja, Thomas... Ey, lass das Radio an! Was hast du gesagt? Was hast du gesagt? Schieb mal keinen Miesen jetzt, hab ich gesagt. Was hast du... Was? Ne. Ne. Ich hab gesagt, schieb mal keinen Miesen! Jetzt sprühe ich hier alles voll. Jetzt sprühe ich hier alles voll. Jetzt sprühe ich hier alles voll. Was? Alle weg! Alle weg! Alle weg! Alle weg! Was? Was? Marvin, Marvin, weg! Okay, dem stimme ich zu. Du willst uns umbringen? Traitor! Du hast einen Traitor! Einen Traitor! Einen Traitor! Einen Traitor! Einen Traitor! Ich glaub ja, Nico ist der Traitor. Aber wie das Nico gehört hat... Weil ich runtergesprungen bin, vor deinen Augen. Während du mit den Turut berettet hast. Ach ja, stimmt ja. Mit der ich, äh... Square Dance komme. Du runtergesprungen? Ja. Ich hab schon wieder Framed, du warst das... Ich bin ne Putzfrau! Du elendiger Sack, du! Puck deinen scheiß Müll demnächst mal hier in die Tonne rein, du Arschloch! Nicht wieder auf dem Boden oder ins Klopapier! Das verstopft die Kanalisation! Halt da! Ähm... Du musst da vor dich gehen. Ich glaub bei dir... Ich glaub bei dir haben wir ganz andere Sorgen, was was verstopft. Ich möcht' die Mülltonne schlagen. Hey! 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 Wenn du die Mülltonne schlagen! Wenn du schlägst, passiert das... Was... Was... Was mit der Belone passiert ist! Nur bei dir! Was passiert, wenn er jetzt vor dieser Auspuffstelle... Und mit der Fliege... Und mit der Fliege... Und mit der Fliege... Vergasen... Schade... Schade... Ich dachte, ich wär dann so... Wirklich... Da hab ich recht... Naja, wir schießen grad auf ne Mülltonne! Ja! Das ist normal! Alles Gute! Lars, wo bist du? Der Lars haut ab! WTF! Es war sehr laut. Alex, stein die Lokomotive! Ich schieße auf die Mülltonne! Du hast hier liegen müssen... Hä? Warum kann ich dich abschießen da jetzt? Das ist wieder auf die Mülltonne! Danke fürs Random... Easy! Danke fürs Random Kill! Danke fürs Random Kill! halte die milch von 30 waren im kill wie ich ermittel hatte runde ja ich sage mir eine begründung in der niederregeln steht wenn im kill gleich bahn das steht echt drin ja würde ich jetzt gerne wissen warum weil das du hast du so oft gesagt wenn ich da jemand random angeschossen habe dass ich hier gewandt werden könnte dafür dann würde ich jetzt gerne wissen bei jeder letzten aufnahme session wo ich ja mit der pistol angeschritten habe und mit der club angeschlagen dann würde ich jetzt gerne mal die begründung für diese random klick ist ein bisschen in meine waffe reingelassen also wirklich was eine heftige ausrege stand da in dem moment zwar war ich glaube nur oder wer nicht in der nähe und lassen schaden bekommen ja perfekt das war eine wunderbar runde und das war berechtigt diese runde war wirklich die geilste runde ja ja gut ja alles klar wir sehen es auf wo ich jetzt erstmal essen aber schon wieder frissack frissack ja dann unterbrechen wir die session und wir sehen uns irgendwann später bei irgendeinem anderen hier ignoriert was da auf dem bildschirm stehen passt schon danke fürs zuschauen und auf wiedersehen perfekte aufnahme stopp